Guck mal, das ist Manu da vorne. Wo? Das stimmt. Die Menjel, jetzt komm her jetzt. Ja, man will wirklich kommen. Ja, warte, warte. Komm her. Wir brauchen Menjel. Warte, den lade ich in die Party ein, Alter. Party der Kev12. Hey, wir brauchen Menjel nicht mehr, Alter. Wenn der keine Zeit für uns hat, dann holen wir uns halt einen neuen Menjel. Ja, er ist beigetreten. Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Minecraft Murder zusammen mit Maud Ano Zambri. Hallo. Und zusammen mit unserem neuen Menjel. So, Fake Menjel und meine Freunde, wir gehen natürlich in Double Up. Komm rein, Kev. Oh, warte mal, ist Kev überhaupt schon da? Ja, der ist beigetreten. Ach, Kev, ey. Jawoll. So, Maud Ano, du bist topfit heute, habe ich gehört. Ja, bin ich. Hörst du doch. Ich habe schon Menjels Matesam gehört. Das hat mich aufgeweckt. Okay, das finde ich gut. Das ist immer schön. Was ich immer ganz interessant finde, ist, du hattest, das hatte ich gesehen, einen Livestream gemacht. Und auf diesem Mikrofon ist dann immer kein Kompressor drauf. Oder? Man hört sich immer so ein bisschen. Ah, nee, nee, nee. Ja, ja. Ja, aber, ja, aber, ja, aber, ah. Hallo? Wo geht's? Ganz schwierig. Ja, nein, weil auch, auch wenn Menjel VR oder sowas aufnimmt, dann hört sich die Stimme immer anders an, weil halt kein Kompressor draufgeschaltet ist. Weil dann ist sie nicht, oh Gott, oh Gott, hier hat es gerade geknackt. Wer bist du denn eigentlich? Ja, da oben, der hat gerade einen Steve umgebracht. Ja, aber hat es dir besser gefallen? Ach, Maud Anos Stimme hört sich immer geil an. Nee, also, die Sache ist, es ist ja auch ein komplett anderes Mikrofon. Das ist ja dann das interne Mikrofon des Headse, äh, des VR-Headsets. Also, kann man das, glaube ich, gar nicht vergleichen. Ich hab schon, ich hab schon fünf Gold. Ein Mörderer ist tot. Maud Anos, Maud Anos, bist du es? Äh, ja, nee, ich bin's nicht. Ich glaube, es ist Ringskipper oder so. Es hat so einen blauen, äh, Kopf. Also, ein Mörderer ist schon tot, ne? Oh, okay. Warte, hier sind zwei. Ihr knackst aber ziemlich intens. Ja, ich, 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 ich laufe hinter Maud Anos hinterher. Der beschützt mich. Hier oben habe ich einen Mörder vorhin gesehen. Oh Gott, ja, da vorne, das ist der bestimmt. Der mit der Maske. Nee, der mit der Maske ist nett. Guck, der sneert dich an. Ja, toll. Das machen die immer und dann ziehen die ein Schwer. Oh, the bow has dropped. Bow, bow, drop, 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 drop. Okay. Hast du nicht eben noch gesagt, du bist wach? Ja, ich hab das Schwer fliegen sehen. Da vorne. Da vorne. Gut gemacht, Palut. Alter, Schwede, ich hab hier. Also, ich hab auch was gemacht hier. Ich hab das Schwer fliegen sehen. Ich wollte mich hier eigentlich mit Mini-Paluten treffen. Aber der Junge, sag mal, was machst du denn da hinten? So, ich denk hier durch, das ist wie zu tief. Sag mal. Oh. Scheiße, oh Gott. Das war ein bisschen zu tief. Kein Problem. Juhl, wir haben gesagt, da vorne treffen wir uns. Nicht hier vorne. Ja gut, jetzt komm. Guten Morgen, wie geht's hier? Gut. Mensch, das ist wieder ein Abenteuer mit dir. Wie komm ich denn jetzt hier einmal rüber? Das sieht so rutschig aus. Wenn ich jetzt stolper, Mini-Paluten und mein Handy fallen da total rein. Ja? Ja, sehr gut. Wir stehen einfach im Bach. Let's go. So. Und. Hoppa. Gerettet. So, Leute. Jetzt aber auf den Berg hier. Ja, Paluten, hast du heute schon was gemacht? Warst du wieder trainieren oder sowas? Nee, nee, nee. Ich hab heute, oh, tatsächlich Pause gemacht, weil ich so einen krassen Muskelkater hab. Ich hab so einen Workout gemacht mit allem drum und dran. So mit Leg Raises. Ich hab so einen Muskelkater. Ich hab Muskeln benutzt, die ich noch nie, die ich vorher in meinem Körper nicht kannte. Und dementsprechend war ich heute ein bisschen, also heute ist sportfrei. Ach so, ja gut. Wenn man so neue Muskeln trainiert, ist es immer ein bisschen kritisch. Warum hast du öh gesagt, als die Rollen verteilt wurden? Zombie? Nein? Ich schwöre dir, ich schieße einfach. Ich schieße. Ich schieße. Ich bin's nicht. Okay, ich gehe. Ah, du bist Detective. Ich hab erst gedacht, du bist ein Mörderer, weil du so öh öh gesagt hast. Ich baller dich weg, Zombie. Nein, lass mich doch in Ruhe. Du kannst dir, wie oft du mich schon einfach umgebracht hast. Guck mal, hier liegen die tot. Oh ja, stimmt. Oh ja, stimmt. Oh, der Bo hat, er ist traubt, mein Freund. Mein Detective-Freund ist gestorben. Zombie, los. Du bist, du kommst jetzt mit, Zombie. Ja, warte, ich baut das Gold. Ja, aber du musst doch, du bist doch mein Schutzschild. Ach so, okay. Ich glaub, da war's. Glaubst du, der war's? Was? Ja, aber du musst dich opfern, damit ich sehe, wer dann der Mörderer. Nein! Nein! Komm mal da, du ist es. Ich hab ihn umgebracht, ich gestehe. Ernsthaft? Ich kann damit nicht leben, ja. Ja, er war da, hat mich angeguckt und dann hab ich's Messer gezogen. Ich hab's direkt in der Stimme gehört. Oh. Ich hab ihn. Auch. Sorry. Was ist denn? Ich wollte, ich wollte ihn nicht im... Oh, dann vorsichtig. Wenn der auf mich schießt, dann ist er selber schuld. Das ist der von Assassin's Creed. Ja, der schießt, der schießt. Guck den dir an. Nee, nee, nee. Der schießt du davor. Ey, Bo, ich hab doch auch. Er bedroht dich einfach nur. Puh, Glück gehabt. Alter, was ist mit Oliver Zockt los? Oliver Zockt, aber es ist nicht nur Oliver Zockt, aber er hat noch ein XD dahinter. Das bedeutet, er ist ein extrem lustiger Typ. Der Comedypreis wird schon geliefert. Naja, der Comedypreis. Ich dachte, den gewinnen wir immer, weil wir so unfassbar unlustig sind. Hör wieder die Map. Oh, hallo, Verluten, bitte nicht. Hallo, hallo, hallo. Bitte nicht, wie du ausgetrickst. Oh, Alter, du bist am auch... Das war ich nicht. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Guck mal, du wärst schon... Oh, du wärst schon tot. Klar, klar, okay. Okay, test, 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 test. Ja, guck. Es ist tot. Es ist tot. Wie stark bist du denn, Verlust? Es ist tot. Ich hab dir vertraut. Okay, ich bin auch tot. Wie bist du denn draufgegangen? Da kam einer mit Bogen angesprungen auf mich zu. Oh Gott, ich seh hier, ich seh hier einen. Der hat so einen Magic-Stick. Warte, der Geto heißt der andere, der Mörder. Ja, ist er. Der Steinmann ist der Mörder. Das war's, glaub ich, für den. Der mit dem Bogen, der kommt jetzt. Ich sag's dir, hier. Die, die macht das. Bam, bam. Oh, Double Kill. Aber der mit dem Bogen, der ist jetzt da. Der mit dem Bogen ist da. Das ist Menjul. Oh, nein, Mann, renn, renn. Renn. Oh, okay, alles gut. Aber da, aber da vorsichtig. Der kommt jetzt. Oh, toll. Das wird jetzt unsere Runde. Ich sag's euch, Leute. 41er bei... Warte, Mickey Mouse. Ist das ein Mickey Mouse? Mickey Mouse? Ja. Ganz schön cool, der Mickey Mouse. Ja, das ist auch, was ich mir dachte, Alter. Den hab ich anders in Erinnerung. Aber, mein Gott. Der wird ja auch nicht jünger, dieser Mickey Mouse. Den gibt's, glaub ich, schon seit bestimmt 100 Jahren oder so. Mickey Mouse in Minecraft? Wow. Wow. Nein, nein, wir haben doch Menjul. Der neue German Let's Play. Der bessere German Let's Play. Stimmt. Auch so viel besser. Rein theoretisch... Du bist nicht umsonst der YouTube King. Ja, ja, ja. Ich bin der YouTube King. Julien Bam kann einpacken, Alter. Pidil ist der neue YouTube King. Die Frage ist, was identifiziert einen YouTube King? Klicks, Abos, Dislikes, Likes? Wie viele Folgen man vom Gucci-Simulator hat, würde ich sagen. Oh ja, dann bin ich ganz vorne mit dabei. Ja eben. Dann sieht das gut aus für mich. Hey, Menjul. Hallo. Wo seid ihr? Ja, wir sind hier oben. Oh, ich bin auch oben. Ja, ja, ich muss jetzt hier aber kurz Gold sammeln. Jetzt schon wieder geknackt. So bin ich nicht mehr. Hm, nee, nee. Oh, Tommy, lauf. Ich wollte ein Pfeil schießen. Oh, du bist, du bist tot. Leute. Ja. Ihr lebt noch, oder? Nee. Ja. Das ist gar nicht gut. Ja, aber Mordado, du bist jetzt unsere einzige Quelle. Ach, ich finde kein Gold. Du bist die Quelle des Lichts. Du musst das. Oh, ein Bogen. Ja. Oh, oh Gott. Oh, ein Mörderer ist tot. Alles klar. Den Tick im Bogen. Haben sich einfach alle gegenseitig fertig gemacht. Okay, jetzt habe ich es. Unser Mörderer lebt noch, Mordado. Ja, aber... Okay, er kann den Bogen auch sammeln. Der ist heute nicht. Ja, genau, das ist smart. Du denkst mit? Okay, ich gehe nicht rein. Alex war es auch nicht. Heißt, es muss der Slime sein. Ja. Zmink oder... Ja, oh, oh. Der sieht böse aus, der sieht böse aus, der sieht böse aus. Ja, ja, der sieht böse aus. Der rennt auch weg, der rennt auch weg. Ja, Mordado, du bist unfassbar. Ah, Mordado, freu dich mal. Schreit schmerzerfüllt aus. Schmerzerfüllt. Oh, wieso? Es war auch schmerzerfüllt. Die Leistung, die ich immer vollbringen muss. Der Druck, der von einem abfällt, wenn man es geschafft hat. Ja, der Druck ist, deswegen bin ich da auch immer sehr, sehr happy. Also, ich muss sagen, ja gut. Ich habe vielleicht in der heutigen Folge nicht hundertprozentig geglänzt, aber ich habe schon gewonnen. Das muss man auch mal. Du hast ein Schwert gesehen, also. Ja. Wow. Wow. Hör auf. Also, ganz ehrlich, Zombay. Deine schnippische Art würde noch mal teuer zu stehen kommen. Oh, oh. Zombay verfolgt mich. Der ist es. Der ist es, der Zombay. Das ist ein Haus mit einem roten Teppich. Hör doch auf. Na doch. Ich fahr jetzt hier mit der Bahn. Ich dachte, hier kann man mit der Bahn. Ach, nie da. Hä, kann ich in beide Richtungen mit der? Hi, Zombay. Okay, jetzt hat die Knacken lieber beieinander. Also, also, kann es nur einer von euch sein. Paluten? Oh, ich habe gerade Paluten mit dem Diaschwert gesehen. Hast du nichts, Maudado? Was soll das? Kannst du mir doch jetzt nicht so verraten. Das ist jetzt meine große Chance, ganz groß rauszukommen. Weil sonst lachen die Leute wieder über mich. Ich rede nicht mit mir mit dir. Wie, du redest nicht mehr mit dir? Du redest gefälligst mit mir. Du bist ein Mörder. Ich bin kein Mörder. Du willst mich fast verraten. Du bist ein Mörder. Du holst dir jetzt keinen Bogen. Ich habe schon deinen Kollegen erlegt. Nein, der ist da... Ach, komm! Hey! Was war das für ein Hi? Oh, Gewitter. Okay. War ein nicer Versuch, Paluten. Warum bekomme ich kein Pfeil zurück? Wo? Der Junge kämpft da. Du kommst jetzt hier, nein, jetzt Angriff, jetzt in die Offensive, der hat doch kein Pfeil, der hat kein Pfeil Du hattest zwei, das war der Detektiv-Bogen Oh nein, ich dachte, ich hatte mich schon gewundert, warum läuft der nicht, warum läuft der nicht Du hattest den normalen und die Detektiv oder was Ne, ich hatte direkt, also dein Kollege hat den Detektiv umgebracht, dann ist der Bogen vor mir gedroppt Dann habe ich ihn damit erschossen Ja, aber ich dachte eben, wie schnell hattest du denn wieder deinen zweiten Pfeil? Ja, vier Sekunden, das ist echt schnell Vier Sekunden, okay, das müssen die geändert haben Alles unfair Früher wäre das nicht passiert Ja, früher wäre das nicht passiert, da war ich noch, da war ich der Waro-Champion Das war noch glücklicher Er hat mich in Waro 2 umgebracht Ja, dann hat Sommer mich umgebracht Ja, weil du weggerannt bist Ja, das war, ich hätte einfach draufgehen sollen, hätte ich euch beide weggenatzt Wahrscheinlich Der wusste nicht, wie schlecht wir in PvP sind, beziehungsweise ich Ja, also ich muss auch sagen, das gebe ich auch gerne zu Ich bin definitiv nicht mehr so gut wie früher, ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich früher besonders gut war Aber ich hatte halt schon, ich hatte mehr drauf früher Ja, aber die Minecraft-Meta hat sich ja auch weiterentwickelt Der IPVP-Meta ist die Sache Ja, ja, Mail, du Du kommst so Willst du denn, du krikatierst jetzt hier links und rechts ein, du kleines stinkendes Ähm, ja, ja, auf jeden Fall, ich glaube auch, dass die Leute Aber die waren früher schon teilweise krass mit ihrem Klickspeed Mit dem Jittering und so weiter Also da komme ich ja Nein, Maudado, nein Okay, ich glaube, Zombie ist es auch nicht Ich glaube, wir sind sicher Ach, du bist, du bist es? Ich bin's nicht Achso Warte, guck, ich mache mal den Zombie-Test Warum liegt da eine Leiche, wo ihr herkommt? Seid ihr beide der Mörder? Irgendwie seit Anfang an da Psch, Maudado Jetzt mach ihn, mach ihn Wisch, wisch, wisch Wisch, wisch, wisch H交 uns� Ich hab Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, guck in, guck in, guck in, guck in, guck in Ich hab's abgeprallt Oh Gott, jetzt lauft Lauft, das ist Maudado's verloren Oh nee, hier ist noch einer Was ist denn hier los? Die helden uns Wer war's denn? Oh, boah, Herstrop, die hat grad dies gestorben Oh, ja, ich sehe den einen Okay, warte. Ich laufe da rum und dann hole ich mir den Bogen und dann schieße ich die ab. Ich schieße sie ab. Ich habe ihn gar nicht mehr verfolgt. Der Bogen ist weg? Nee, jetzt hier. Ja, weil der Bogen hier von dem ist. Der hier ein Bogen. Nee, warum guckst du mich denn so an? Ah, Cookie, Cookie ist aber tot. Ah, es ist nur noch ein Böger. Sehr gut. Okay, ich habe auch einen Bogen. Sehr gut. Ich schieße einfach den. Ich habe jetzt auch einen Bogen. Okay, abgeprallt. Hey, irgendwas ist hier gerade ganz merkwürdig. Ja, ich verstehe es auch nicht. Vielleicht ist der einfach die ganze Zeit unten. Ja, das kann sein. Nein, dann baller ich einfach einen, der unten ist. Du, du bist das. Der hier, der hier könnte es sein. Das ist so ein Tiger. Falls ich gleich trauen bin. Es ist der Tiger. Es ist der Tiger. Nein, warum rennt die Person denn vor mich? Oh nein. Ist hier unten der Tiger? Warte, ich nehme unten. Wie viel Pech kann er? Da unten ist der irgendwo. Nee, aber hier ist er gerade nicht. Ja, ach komm, ey. Den hätte ich auch noch weggenatzt. Aber da ist hier der eine. Warum rennt er denn auch vor mich? Menjö, liegt da tot? Nein. Oh, der wird geflutscht, denkert. Ach ja, der kassiert einen dicken Flutschfinger. So, das war es mit der anderen Folge von Minecraft Murder. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei Zombie und Maudade vorbei. Und natürlich auch bei Fake Manual. In diesem Sinne, haut rein. Tschüssi.